Hallo, wir haben gerade einen Kunden abgeschleppt. Er hat eine Autopanne gehabt im Aubinga-Tunnel. Er ist ein bisschen ohne Luft gefahren. Also wenn die Reifen ohne Luft gefahren werden, kommt es zu solchen Schaden. Zum Glück ist die Felge nicht beschädigt. Also jetzt kriegt der Kunde zwei neue Reifen und dann kann er weiterfahren.